Hallo, schön, dass ihr da seid. Lass uns heute über Weihnachtstraditionen sprechen. Weihnachtstraditionen. Los geht's! Kennst du Weihnachtstraditionen? Es gibt ganz viele verschiedene Traditionen. Lass uns doch einmal anschauen, was alles eine Weihnachtstradition sein kann. Los geht's! Einen Weihnachtsbaum schmücken. Das Kind und die Mama schmücken den Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum. Du hast die Weihnachtskugel angehängt. Die Weihnachtskugel hängt am Baum. Wow, ihr schmückt den Weihnachtsbaum. Ein Adventskalender. Du machst den Adventskalender auf. Der Adventskalender. Was ist das? Ein Stück Schokolade. Wow! Die Kinder machen Plätzchen. Zuerst kneten sie den Teig. Dann rollen sie den Teig aus. Und dann stechen sie Plätzchen aus. Zum Schluss dekorieren wir die Plätzchen. Schlittschuhlaufen. So schöne Plätzchen. Wow! Siehst du die vielen Plätzchen? So viele Plätzchen. Schlittschuhlaufen. Die Familie läuft Schlittschuh. Schlittschuhlaufen auf dem Eis. Schlittschuhlaufen. Meine Lieblingstradition ist es, Lieder zu singen. Ich liebe es, Weihnachtslieder zu singen. Ich weiß was. Singt ihr mit mir zusammen ein Weihnachtslied? Ja, lass uns zusammen ein Weihnachtslied singen. Los geht's. Alle Jahre wieder Kommt das Christuskind Auf die Erde nieder Wo wir Menschen sind Kehrt mit seinem Segen Einen jedes Haus Geht auf allen Wegen Mit uns ein und aus Steht auch mir zur Seite Still und unerkannt Dass es träum ich leite An der lieben Hand Ein Winterspaziergang Ein Spaziergang mit Mama und Baby Es ist Schnee auf den Bäumen Möchtest du den Schnee anfassen? Wow, Schnee! Ups, so viel Spaß! So viel Schnee Es liegt Schnee Und wir fahren Schlitten Schlitten fahren Schlitten fahren Der Schlitten Ein Schneemann Hier hat jemand einen Schneemann gebaut Einen Schneemann Hallo, Schneemann! Wow, noch ein Schneemann! Du siehst aber lustig aus! Tschüss, Schneemann! Weihnachten in Familie Wir verbringen Weihnachten mit unserer Familie Wir machen Musik Wir singen Weihnachtslieder Weihnachtslieder Lass uns ein Foto machen Sag Tschüss! Tschüss! Eine Umarmung Und noch eine Umarmung Weihnachtsessen Ein Weihnachtsessen Essen mit der Familie Mh, so lecker! Leckeres Essen Wir essen alle zusammen An Weihnachten kann man so viel erleben Es wird hübsch dekoriert Überall riecht es gut Und man kann Musik hören Ich kenne ein gutes Lied Was diese ganze Stimmung beschreibt Lass uns fröhliche Weihnacht singen Los geht's! Fröhliche Weihnacht überall Tönet durch die Lüfte froher Schall Weihnachtston, Weihnachtsbaum Weihnachtsduft in jedem Raum Fröhliche Weihnacht überall Tönet durch die Lüfte froher Schall Darum alles stürmet in den Jubelton Denn es kommt das Licht der Welt Von des Vaters Thron Fröhliche Weihnacht überall Fröhliche Weihnacht überall Tönet durch die Lüfte froher Schall Weihnachtston, Weihnachtsbaum Weihnachtsduft in jedem Raum Fröhliche Weihnacht überall Tönet durch die Lüfte froher Schall Was wir anderen taten Was wir anderen taten Sei getan für dich Das bekennen jeder muss Christkind kam für mich Fröhliche Weihnacht überall Tönet durch die Lüfte froher Schall Wir haben fröhliche Weihnacht gesungen Ein Weihnachtsmarkt Warst du schon mal auf einem Weihnachtsmarkt? So ein großer Weihnachtsmarkt Mit einem Riesenrad Über den Weihnachtsmarkt laufen Wow, siehst du die vielen Lichter? Der Weihnachtsmarkt sieht so schön aus Ein Karussell Ein Karussell auf dem Weihnachtsmarkt So viel Spaß Das Karussell Du malst einen Weihnachtsbaum So ein schöner Weihnachtsbaum Bastelst du etwas? Du bastelst etwas Basteln an Weihnachten Ein Weihnachtsbrief Ein gebastelter Weihnachtsbrief Wow, Geschenke Geschenke an Weihnachten Wir kommen jetzt zum Ende Lass uns noch ein bekanntes Lied singen Stille Nacht, heilige Nacht Los geht's! Stille Nacht, heilige Nacht Alles schlägt, einsam wacht Nur das traute hochheilige Pacht Hol der Knarbe im lockigen Haar Schlaf in himmlischen Ruh Schlaf in himmlischer Ruh Schlaf in himmlischer Ruh Stille Nacht, heilige Nacht Durch der Engel Halleluja Tümpels Lauf von fern und nah Christ der Ruh Christ der Rettung ist da Christ der Rettung ist da Wow, das hat so viel Spaß gemacht heute. Wir haben Lieder gesungen und über Weihnachtstraditionen gesprochen. Lass uns jetzt zur Verabschiedung wieder meinen Namen buchstabieren. Buchstabe J, Buchstabe O, Buchstabe S, Buchstabe I, Josie, Miss Josie. Bis zum nächsten Mal. Sag Tschüss. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.